Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu The Crew Wild Run mit dem Krabs. Hallo. Jo, wir sind zu zweit unterwegs und sind hier beim Summit Event. Da haben wir ja schon reichlich gefahren. Wir haben jetzt mal versucht, hier ein PvP-Event zu starten, allerdings findet er leider nichts. Und haben uns gedacht, verbessern wir mal unsere Punkte noch ein bisschen, oder? Um in der Liste noch weiter nach oben zu kommen. Wir sind schon Platin, also ja, ne? Ja, 2239 ist mein Rang. Wollen wir eine Drift-Prüfung machen? Machen wir hier als Crew spielen. Habe ich dich jetzt... Achso, warte, dann ich nehme an. Okay. Okay, so. Jetzt. Das war zeitgleich. So, und dann versuchen wir einfach Drift nochmal. Mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser läuft. Ich bin mal gespannt, ob wir wieder die Subarus kriegen. Ja, denke ich mal. Ich denke, wenn man die Fahrzeuge... Ich habe ja kein Drift-Fahrzeug. Dann bekommt man immer das eine. Genau. Ach ja, Subaru. Aber wir können ja schon mal sagen, wir haben auf jeden Fall noch was geplant. Und zwar entweder für morgen oder für übermorgen in der Folge geht das dann los. Und zwar wollen wir einen Roadtrip machen. Über die komplette Map. Von Küste zu Küste. Von New York bis nach Los Angeles. Genau. Von New York nach Los Angeles. Nach Vegas. Nach Vegas. Nicht Vegas bis Angeles. Oh Mann, wie wir hier wieder schön sind, kommen wir mal. Ja, das war nicht schlecht. Oh, Alter. Hier muss man sich voll erstmal dran gewöhnen. Wie das Ding reagiert. Da war ein Baum. Okay, der war nicht schlecht. Die Handbremse braucht man auch gar nicht. Ich muss einfach mal drücken. Oh. Das war nicht schlecht. Kaputt gegangen. Ich habe mit einem Heckflügel, da habe ich einen Baum berührt. Und dann ist der Wagen voll aus meiner Gefallen. Okay. Du musst versuchen, das Ganze in einem Drift zu fahren. Aber wie soll ich das machen? Na, immer dann auf der Grat noch so einfach nur so ein bisschen driften. Ich glaube nicht, der berichtet total aus. Wie machst du das? Verrückt, sag mal. Ich versuche es einfach irgendwie. Vielleicht haben wir hier falsche Richtung. Und auf einmal, warum weiß ich nicht. Okay. Rücken ist nicht meins. Oh, ich habe ein paar Punkte gemacht. Ja. Ein paar mehr. Ein paar mehr als ich. Ich glaube, damit werde ich mich auf jeden Fall verbessern. Ich denke auch. Ich glaube, das ist ein bisschen driften. Oh, ich freue mich, die Botanik. Das gibt ja gar kein Ziel. So. Ich werde einfach stehen. Es ist vorbei. Hat sie noch gezählt? Oh, geil. Wow. 37.000 ist heftig. Also driften kann ich nicht. Also, mir liegt es irgendwie. Wow. Oh ja, Summit Rank, ich bin abgestiegen. Erzhaft? Minus 32, ja. Wo steht das nochmal? Bei Summit Rank einfach. Exotenpunkte. Summit Rank. Plus 8.218. Ja, und bei mir minus 32. Aber plus 8.218 geht ja gar nicht. Nein, du warst minus 32 schlechter wie das letzte Mal, oder? Ja, nee. Ich meine, man steigt noch um 32 Punkte ab. Okay. Oh, ich bin jetzt auf Platz 1600. Ich habe 500 Plätze gut gemacht. Ich weiß gar nicht. Ach, meinst. Ich bin auf... Nee, drei... Was? Das ist echt... Du hast ne... Abwerte von 1000, oder was? Ich habe 1662. Mein Rang. Ich habe 2436. Bei 2664. Oder 2436. Ja, ich habe trotzdem Platin. Ja, klar. Ja. Och, ich bin auf 1600. Krass. Das ist heftig. Wohne mal Monster Track? Arena, oder was? Können wir machen, auf jeden Fall. Na, das ist cool. Auf geht's. Aber mein Monster Track ist nicht so gut. Dafür hat er die geile Lackierung am Start. Dafür gibt es ja wohl Bonuspunkte, ne? Ja. Bin ich mal gespannt jetzt, ja. Was? Was? Ich kann meinen... Ich kann meinen gar nicht aussuchen. Ich auch nicht. Ich kann meinen gar nicht aussuchen. Ich könnte meinen jetzt auch nicht aussuchen. Der Meiner hat... Der Währwagen hätte eine Wertung von 702. Meiner hat eine von 908. Hä? Ja. Ich habe jetzt den Ford einfach... Ne, warte mal, was habe ich denn jetzt? Ich habe einen Chevy. Ach, ne, ich habe meinen. Ich habe meinen. Ja, doch, ich hätte auch meinen, aber die Werte sind nicht mehr. Na gut, egal. Okay, dann, auf geht's. Ach so, hier war es ja auch so, ne, wenn du so Loopings machst oder Backflips oder sowas, dann... Backflips, Flugzeit, hier zählt alles. Okay. Okay. Okay, dann muss ich, äh, irgendwie eine Rampe finden. Okay, die Halfpipe sieht gut aus. Wie macht man den Backflip? Äh, nach hinten ziehen, wie beim Motorrad. Okay. Wow. Tatsache, es gab ein paar Punkte. Hä, wieso hast du so viele Punkte? Okay, dann ist Monster Trucks, äh, ist irgendwie deins. Okay, das war nicht so gut. Oh, der ist ein Tausender, den hole ich mir. Kannst du mehr wie ein Backflip machen? Ja. Oh, ich hab auch ein 2 gemacht, ah, okay, das ist cool. Ich überlege, ich würde eigentlich ganz gerne echt mal den Looping da fahren. Mach mal, das ist einfach. Das ist überhaupt, der Looping ist überhaupt nicht schwer. Ja, du kannst ja quasi nicht rausfallen. So links und rechts, weil da eine Spurbegrenzung nicht. In dem Looping ist, glaube ich, auch noch ein Tausender oder so, ne? Oh, das mit den Seitenhowsers ist ja echt easy. Ich zeige aber noch eine Minute 14, dann jetzt auf zum Looping. Okay. Den 1.000 haben wir mitgenommen. Oh, wow! das war noch mal ein doppelter Backflip da habe ich Punkte geholt oh du Sack voll geil das ist echt cool ja stimmt genau da verbessern wir uns auch gerade richtig fett oh da hole ich mir den hier noch Backflip schab ich nach One Flip geht übrigens auch jawohl einen habe ich noch gekriegt und das war es naja immerhin 22.000 Punkte ich weiß noch nicht genau das 25 glaube ich oder so und Stufe 48 49 49,5 cool und neues Teil gekriegt was gibt es Auspuff Stufe 40 das wird nicht viel bringen doch bloß 8 da wegen ja dann rein damit ausstatten danke plus 11.997 habe ich gemacht im vergleich zum vor ja ich habe plus 9.000 gemacht ich habe jetzt ein Summelserwang von 1700 du hast jetzt 1700 oh da bin ich mal gespannt was ich habe das ist du bist aber heftig vorgerutscht ja da bin ich jetzt mal auf meinen 2.000 Punkte ungefähr ah nee stimmt gar nicht also dann habe ich wohl den bei den Offroad habe ich den Wangen 1700 was hast du jetzt insgesamt im Summit also ich habe jetzt 2877 ich habe 1363 oh ich würde so gerne unter die 1000 kommen ey ja mal gucken was können wir noch machen wo können wir uns noch verbessern ich weiß nicht ob wir das Zeitrennen zu zweit vielleicht nicht ganz so chaotisch oder ja wie zu viert ja genau dann machen wir haben wir bessere Chancen eine gute Zeit zu fahren echt ich glaube da stand gerade was von einer Minute 19 oder so als Bestzeit äh ja ich meine letzte war 2 Minuten 5 das sind ja äh ja gut äh warte mal was äh ich nehm den Z welchen Rang mein Wagen hatte was hat denn warum welcher hat deiner 8 4 9 5 okay dann bist du etwas besser nee nee seit der Wagen ist besser ich weiß nicht dass ich besser bin das stimmt das war ja auf Road er hätte ich mir aber er ist es denn ist an dem solchen Scheiß aneiger so ich fahre mal bisschen weg da haben wir mehr Platz Prozent glaube es ist auch man kann besser versuchen auf den Weg zu bleiben als jetzt und ab zu kürzen auf jeden Fall aus die Geschwindigkeit ja 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 definitiv wo sauer ist aber es geht mit dem Wagen ab zu sehen eine liebevolle Sturz auch stellen ich mal nicht so an ja aber die Werte ja 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 Knutschkugel ja auch schon der Sprung ich probiere gleich die Abkürzung nochmal also in den Kurven kommst du echt fett dran die anderen auch so viel besser ja hier ist eine Rehe in die Seite gerannt was eine Rehe ist mir in die Seite gerannt ah nice scharfe Kurve scharfe Kurve ehrlich so mal gucken wir uns jetzt noch ein bisschen verbessern sollte ja eigentlich problemlos möglich sein dadurch dass wir nur zu zweit fahren ja oh die habe ich ein bisschen sehr soft genommen die Kurve ja langsam hole ich ein bisschen ab nein doch hier war die Kurve guck mal bitte Schatten nein natürlich nicht ach scheiße was hast du versucht abgetan achso ok aber ich bin jetzt ich bin hier gerade voll raus also ich bin richtig weit weggeflogen ich bin im Ziel zwei Minuten drei Standet 6 zwei Minuten drei ich weiß nicht wer so ist die Erwärmung der Zwang Prozent 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 weil es wirklich das Ziel ja auch krass aber er war ein das ist krass Prozent okay das weiß jetzt ist mich mal interessiert für mich verbessert ja und Stufe 49 ja mit Plus 19 Uhr haben auch ein Prozess zu hören ja aber verbessert Nö Orsame Stufe 48 Beschleunigung und den Stufe 49 wird verstand bloß 28 war auch aber wie gesagt Summit Rank Minus 4 hab ich ich hab bloß 11.000 da war es was das ist crazy das ist crazy da bin ich mal gespannt welchen Rang du jetzt bist 1148 du hast aber auch du hast aber auch eine Aufgabe mehr da springen hast du zum Beispiel mehr das hab ich ja nicht ich hab die oben alle gemacht ja ich kann ne ich noch nicht also FF ich hab davon nur zwei achso ne die musst du machen ja springen kann ich nicht machen okay springen geht nicht wir für euch den drag das drag fahrzeug sonst komme ich nämlich über die Schlucht stimmt ja das war ja das Problem gewesen ja was können wir noch machen was haben wir gerade gemacht wir haben gerade Zeitangriff durch das Markenzeit wenn wir mit dem Autobart oder so genau Markenzeitrennen könnten wir noch machen oh der ist auch einer 1,19 wir haben 1,53 das letzte mal gefahren also ich das ist krank du bist es wirklich mit dem Motorrad fahren weil dann schaffst du die Zeit zeittechnisch denke ich ist das nicht so oder ja das ist ja das ist ja nicht die Wennmaschinen das ist ja die Performance der Performance Motorrad ist ja langsamer ich könnte gar nichts auswählen achso stimmt ich bin bescheuert war ja Motorrad war ja vorgegeben ja gut da müssen wir jetzt nur 30 Sekunden schneller sein wie das letzte Mal willst du mich verarschen wieso fährst du einfach so weg ich hab mein Komplettes Mito auf den Kopf gehauen achso ok so das Motorrad fahren mag ich echt ey das Motorrad ist echt crazy obwohl es nur die Performance kann ja oh wie soll ich durch die Kurve hier kommen das geht ja gar nicht der muss halt vom Gas runter gehen ok das ist krass ich glaube ich voll das einfach ganz geil alles ich kann mich irgendwie wie bin ich will sich meiner meiner hat Angst meiner will sich nicht so in die Kurven legen ok nach vorne lehnen ganz wichtig was hast du geschafft Max wo habe ich gleich noch geachtet ich glaube so 350 war es glaube ich wow aber mit Nito ne ok so ist das ja der absolute Wahnsinn ich bin durch du bist schon durch wow du Motorrad fahren liegt mir das stimmt das stimmt auf jeden Fall weil ich war besser wie das letzte mal was gibt was gibt unser neues Teil ansatzsystem gold oh plus 23 wow ich habe so eine Werte von 931 wow das läuft das ist krass ich habe nicht mal 900 oh alter ich habe plus 3.308 gemacht aber ich habe auch plus 3.1 cool ich werde trotzdem echt mal interessieren für was die Exotenpunkte sind 1.15 geschafft sag mal ja das ist ja das was ich nicht verstehe 1.15 949 krass ich bin noch bei 2006 aber wie gesagt mir fehlen 1 2 3 Sachen insgesamt eins davon kann ich nicht machen weil ich den Wagen ich habe vor allen Dingen 48.000 Spiele sind mittlerweile eingestuft ne letztens waren es noch 30.000 ja 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 unter den top 1000 was soll's ja mich ärgert es ein bisschen dass ich das springen nicht machen kann einfach weil ich mit keinem Fahrzeug rüberkomme ich brauche den Dragwagen dafür ja ich habe keinen kannst du deinen ausleihen würde ich machen stimmt du kannst das springen erst einen Tag später schauen wir mal vielen Dank für's zuschauen schau dir wie die Beschreibung dort stehen auf jeden Fall die anderen und ja lass das Däumchen da bis dahin tschüss bis bis Vielen Dank.